Kapuze lebt! Ich lebe! Hey, nice! Boah, Kapuze ist ja dabei. Kapuze! Hey! Okay, das war meine Runde für heute. Das war die Runde, mit der ich absolut zufrieden bin. Die war ja absolut insane. Also da bin ich happy. Das war eine geile Dingensrunde. Sidekick Snitch, also... Ja, doch. Kann man so sagen. Ah, da kommt Divi. Ey, ach du Kerl, äh, Items. Items hat heute komplett auf mir abgesehen. Ich bin so gut, ich bin schon tot, oder? Ich bin doch schon eine laufende Leiche hier. Irgendwas hat mich gebissen, verflucht, angezündet. Also erst mal mit Benzin übergossen. Aber irgendwas ist doch hier schon geschehen. Der Detective ist down. Oh, keiner. Ich muss drücken, wenn einer kommt. Ich bin ready. Bam! Bin ich ein Knobie? Okay. Bin ich ein Knobie von... Das ist nice. Das ist nice. Das müsste man als Imposter nicht machen. Oh, was wird das? Frank, sie macht faxen. Alarm ist an. Ich bin in der dunklen Ecke. Der Einzige, der mich hier finden könnte, ist jetzt, wenn er zum Ende der Runde noch hier hin muss. Kapuze lebt. Ich lebe. Hey, du lebst. Boah, Kapuze ist ja dabei. Kapuze. Was denn? Das Ding ist, ich hab, ähm, wo war, wo war Items gerade bei dem Licht, ne, bei dem, was man da drücken muss. Items weiß, was ich meine. Du warst doch gerade bei so einem Ding. Reactor, Fillbutton. Minou habe ich das letzte Mal gesehen. Ne, weil es war gerade Alarm und dann rennt sie da hin zu so einem Ding. Aha. Du meinst dein Wort Crash Course, also das in der Mitte beim Caproom, wo du den Code angeben musst. Ja, genau, das oberdiesen Schwebe-Dings da, genau. Ja, ja, ja. Ich bin dann zu Items, kreien, dann renne ich runter und bin genau dann in die Leiche geauftet. Also Items war es? Äh, nee, schau nur da. Aber ich liebe mich, weil ich gerade in Electric bin. Nee, es hätte ja sein können, dass er wem gesehen hat, der vielleicht von ihm weglaufen ist oder so. Wie gesagt, ich bin gar nicht dort, Kapuze. Ich kann das so halb überzeugen, weil ich kann... Na, war das denn? Nee, scheiß, war es der Grüne. Ich kann, weil der Plattform kam ich gerade aus dem Vent raus, bin die Leiter hoch und dann standen dann einer Gippi und dann kam gerade einer bei die Plattform rüber, aber dann bin ich wieder runterlaufen. Du bist aus dem Vent. Wo ist dort? Das ist Juli. Hast du Gippi gesehen oder hast du mich gesehen? Hab ich dich in Grün, ob ich... Weil ich kann nicht da gewesen sein. Okay, also der Mörder ist grün, ich schreibe auf. Okay. Also, wo ist der Mord entstanden? Er unter... Benehmen diesen Schwebedingste in der Nähe. Gap Room rechts oder links? Können wir in der letzten Runde Minu länger leben lassen? Obwohl, die lebt eigentlich doch schon. Ich bezeig, Ned geht auch noch als Grün durch. Die hat schon länger gelebt, ja. Also, ich war gerade rechts gemeint, also Nio hat ausgemacht und ein Licht und ich stand oben drüber da geguckt, dass ihn keiner töten. Minu hat bis zu Crash Course relativ gleiche Tasks wie ich gemacht. Ja, und ich bin bei Crash Course nicht hoch, weil ich den Upload gemacht habe. Ich glaube, sie ist dann hoch. Ich hab das nicht ausgemacht. Was ist Crash Course? Du hast rechts den Alarm ausgemacht, oder nicht? Was Reaktor ist, der heißt auf der Map, der wird Crash Course. Ich glaube, die Divi ist nett, die Runde. Ja. Ich glaube, Divi ist immer nett. Bis sie mir hinterherlaufen wollte, um dann das Klo zu putzen. Ich will, weil du da reingemacht hast. Ja, man kann mich auch verwechseln, das ist so schließlich. Wann ist Vex da und wie ist der hier hergekommen? Da hab ich mich hier reingeschleckt. Ey, wechsel. Wechsel, wechsel. Ich spiel deine erste Runde mit Basso, oder? Wechsel. 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 Wechsel, schön, dass du da bist. Wechsel ist immer schön. Immer schön. Besterbend. Wechsel, denk dran, ne? Tasks machen. Zwibbeln. Wer macht denn so früh, Dingens? Ein unerfahrener Killer. Oh, ein Erraza. Ein Erraza. Wem waren wir denn da? Wir haben Divi begegnet. Wir sind dem Koch begegnet. Wir sind dem Gipi begegnet. Die Runde war relativ lang. Edems. Ne, oder? Das war nicht Edems. In Showers. Das war wahrscheinlich, was jeder. Klar. Oh mein Gott. Es war nicht Nefi, glaub ich. Und wieder Kapuze. Kapuze. Kurzer Kochle, ey. Was ist da los? Und wieder. Ich hab's gesehen. Kapuze. Rätsel von beiden war im Bait. Ne. Das Ding ist, ich hab. Ich war da, wo diese drei Millionen Hebel sind. Und ich hab keine Ahnung. Ich hab den ganzen einen runter. Und der bleibt nicht oben. Und dann geh ich ein Stückchen weiter. Und dann lieg ich daneben. Weil der Lichtschalter? Okay. Weil der die falsche Zahl hat. Da unten war kein anderer außer du und Nefi. Ich war auch da unten. Okay. Du warst auch daneben. Ich sag nur, was ich gesehen habe. Ich bin aus dem Wend gekommen. Du bist grad neben mir aus dem Wend gekommen. Oh. Und du kannst nicht Angie sein. Oh, wo ist er denn dann gebaidet, wenn er angebotet ist? Oh. Oh. Er hat ihn rausgebaitet. Du kannst nicht Angie sein. Doch, bam. Warst du in Islands. Wer warst du? Islands war's. Hä? Moment. Islands hat ihn getötet. Islands ist evil gestern, ja. Hat der rausgecrashert den armen Neo. Hä? Ja, es gibt. Also, überleg es dir andersrum. Wer könnte jetzt hier Neo gegest haben? Ja, jeder. Nein. Was, wenn Neo gegest hat? Nein, nein, nein. Er hätte auch Jackal sein können oder sonst was. Wir kommen hier Hollerschwingungen. Neo wird Anthony gewesen sein und wurde vom Bad Gesser gewodet. Aber das war, also, so schnell hätte kein Bad Gesser gedacht. Außer jemand, der das eingeleitet hat. Und zwar Items. Ja, vor allem, weil du schon vorher gesehen hast, dass der Wend blau ist. Wenn du Bad Gesser bist und die Wend-Konstrukte sind blau und Items kam vor mir aus dem Wend, dann musst du nicht, das ist nicht mal ein Gamble. Aber das ist ja auch viel zu obvious dann. Ganz kurz, wenn ihr jetzt mit dem Wend argumentiert, warum keult er gerade, dass er an anderen Position ist und ich sage, dass er nicht dort ist? Das macht doppelt keinen Sinn. Neo hat doch schon vorhin in dem ersten Meeting gesagt, dass er aus dem Wend gekommen ist. Ja, eben. Aber jetzt... Vielleicht ist Neo Gesser. Nein, wen soll er denn gegessen haben? Nein, nein. Items, ich bin Security Guard. Das kann sehr gut sein. Dann würde ich jetzt voten, bevor du gleich tot bist. Wem voten? Items. Gut, so geil. Ah, ich bin e-Detective, ja. Depp. Okay. Ich habe da nicht mitgemacht. Nee, ich bin e-Random. Ich bin mir sehr stolz auf mein Vote. Nee, 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 nee. Also da gibt's... Da muss einer noch wissen, dass er... Dass er Dingens ist. Der Angie-Vote war zu clean. Andi wird... Andi, wenn wir die letzte Runde mit dazunehmen. Andi fragt so, als Engineer kannst du wenden? Ja, du kannst dich für ganz Zeit wenden und Tasks machen. Und Andi so, ey, ich bin von A nach B gewendet. Und hab das und das gemacht. Andi war safe, Angie. Das hätten auch mehr Leute schon wissen können. Aber ich glaube, hier den loswerden... Das hättest du dir ja auch aufsparen können. Also Bad Gesser und Eraser. Das da könnte der Eraser sein. Aber dann ist der Knobi unnötig. Obwohl, Dibi kann auch gedienst haben. Macht es Sinn, mit mir zu schiffen? Ich war am Lifeline. Es war keiner tot. Sie droppt aber den Knoblauch. Nee. Aber es hat noch keiner was empfohlen. Und jetzt ist es auf jeden Fall... Also Andi wird nicht Bad Gesser gewesen sein. 100%ig wird Andi kein Gesser gewesen sein. Andi hätte das niemals so runtergespielt. Und ich hab eine Frage. Und jetzt können Sie das schiffen. Und jetzt denkst du... Es muss Franzi sein. Franzi hat jetzt einen Knobi gelegt. Das heißt, ihr hattet den noch offen. Ivi kann. Ivi hat den dann Lifeline gedroppt. Die treuern wahrscheinlich beide wieder rum. Warum? Wer war das? War das rosa? Welche Impostor war gerade an den blöden Lichtern? Da liegt der Gipster. Gipi war ganz allein rechts. Und da wird der Firma sein jetzt. Gipi liegt ganz links. Ich weiß, wer es nicht war. Ich weiß auch, wer es nicht war. Ich habe so eine Vermutung. Wer denn? Es riecht noch ein bisschen nach Küche. Lecker. Gleicher Duft, oder? Die Zwiebel. Ich habe auch das Gefühl, der wurde mit einem Küchenmesser reingeschaut. Warte mal, der liegt in der Küche? Achso. Ja, wahrscheinlich war der Impostor links an dem Lights Out Ding. Also ich war gerade bei... Hat da jemand gestanden? Ich war bei Lifelines und als ich geguckt habe, war Gipi noch nicht tot. Und das war vor... vor Lights Out. Wer war denn dann Lights Out? Ja, da war Gipi auch am Leben. Los, gib es zu. Ich glaube, dass es vielleicht Vex war. Ich war neben euch. Also Lights Out. Ja, Vex war oft bei mir. Du kamst bei Lights Out. Kapuzo, wo warst du die Runde? Ich war Richtung Lights gegangen, aber dann war auch schon, wenn ich wieder zurückgekommen bin, in die Waffenkammer gegangen. Warum muss ich wieder zurückgehen? Ich habe gut so ein Roller gekreutzt und die haben mich auch nicht gefühlt. Ich habe auch nach links. Kapuzo, ich habe deine Schuhe in der Küche gefunden. Du hast gesagt, die wurden dir geklaut, aber ich habe sie am Tag auch gefunden. Hast du sie gefunden? Was meinst du? Da trofft ein bisschen Blut oder ein Hütchen unterher? Der Exerzis, oder wie? Du bist da hergekommen, kurz vorher. Ja, ich war dort in der Nähe und dann bin ich raufgegangen, dann waren wir aus und mir wird es geglauben. Und davor habe ich Holler und Lunatic. Julie schießt heute relativ viel. Julie, willst du jetzt schon wieder einen rausvoten? Ist schon so weit? Nein, wahrscheinlich nicht. Ich bin safe inno und ich kann es auch bald belegen. Okay, wie? Bald. Ist das jetzt nötig? Ach, willst du meinen Play kopieren von der letzten Runde? Nein, ich will dich wirklich nicht nachmachen. Das kann nicht sein, weil ich bin Snitch. Nein, ich kann. Das dürft ihr nicht glauben, Leute. Oh, was soll das denn jetzt? Ich habe nicht gewonnen. Für die Beleidigung hätte ich dich auch noch gewonnen. Habe ich aber nicht. Dann wäre es rausgewinnt. Ich fliege doch eh nicht runter. Kapuze darf noch mal heben. Krautzt doch euch eh nicht. Julie bespielt jetzt die Snitch, hä? Aber da bleiben mir gar nicht mehr viele Tasks. Also Kapuze kam daher. Vivian Franzi können es nicht sein. Ich will da jetzt nichts decken. Kapuze ist mir hier entgegengekommen. Da ist er schon wieder. Ah, scheiße. Du, die ist zu nett. Waren die Votes zu viel? Der letzte Imposter ist sehr wahrscheinlich Eraser. Deswegen passiert auch nicht so viel. Da habe ich schon wieder hier gefunden. Hola. Hola, die Wahl trifft. Was sagt unsere Snitch? Ich brauche noch eine Task. Und dann gehe ich schon. Eine Task. Was kann die Snitch? Das heißt, die Imposter, die sehen dich ja auch schon seit einer Task, oder? Ja. Ich hatte Glück. Äh. Kapuze. Ich glaube, dass irgendwie Julie nicht. Ich kann im Late Game, sehe ich, wer die Imposter sind mit einem Pfeil. Aha. Wenn sie denn Snitch ist und es fehlen nicht viele Tars. Aber du weißt, dass sie jetzt auch gleich nicht sehen dann, hm? Also ja. Die sehen sie ja schon. Das kaffee ich dir nicht ja in Panic. Deswegen sage ich bitte, lass mir die Task noch machen. Liebe Posters, Julie, will ich die Snitch? Seht ihr den Pfeil? Oder Kapuze ist der Killer, weiß das mit dem Pfeil nicht und deswegen interessiert er ihn nicht. Und deswegen killt er einfach anders. Was ist, wenn er aber gar kein Killer ist, wenn man den Pfeil nicht sieht? Ich mag meine Task. Ich bin froh, dass ich die Map langsam kenne. Welche Taskkassen gemacht? Die Pümpel. Die Pümpel, die Pümpel. Das Ding ist, ich glaube, der Rest Tars, den wir haben, gehört, wächst. Das kann gut sein. Ich habe neupassen zu erfunden. Könnte aber auch sein, dass die Schildkröte auf Vex-Kopf sehr blutrünstig ist. Die Schildkröte übernimmt mehrfach, oder was ich? Ich möchte jetzt hier etwas hören. Haben wir einen Eraser? Nee, haben wir nicht. Okay. Kann ich dir sagen. Okay. Sag mir mal was. Gib mir mal einen Buchstaben. Äh, T. Okay. Hä? Das ist T. Also. Das ist mir da gefluget. Traitor. Kann ich vielleicht die Leidenschaft von einer Person kriegen. Heimmaße. Nein. Nee. Also ich brauche halt eine und dann weiß ich, wer es ist. Dann machen wir doch, guck mal, dann machen wir doch jetzt einfach, wir skippen und wenn der nächste Alarm zu Ende ist, drücken wir den Button. Okay. Eine Task kriegst du ja in 35 Sekunden hin. Das kann ja nichts schief gehen. Julie, weil ich werde dich verfolgen mit meiner Top-Locke. Also das wird ja jetzt richtig nice. Okay, das ist ein Showdown. Aber ich brauche Leute, die mich beschützen. Ja, wieso? Du hast immer eine Task. Die Kehlkunde hast 35 Sekunden. Das schaffst du ja wohl problemlos. Okay, okay. Inst du den Button dann, Julie, ne? Mhm. Aha. Das sind alles Wextas. Asks. Jetzt kommst du nicht mal hier hoch, oder was? Okay, das ist der Countdown. Den macht ja bestimmt, wer da hinten. Wenn jetzt Licht angeht. Wenn jetzt Licht angeht. Ich glaube, es sind alle oben. Fuck. Oh. Tada. Es ist Franzi. Was? Hä? Nein. Es ist Franzi. Nein. Die hat Lex vor meinen Augen getötet und ist hochgegangen. Nein, das kann nicht sein. Aber ist doch so passiert. Franzi ist 100% cool, mate. Franzi ist Schifter und hat mir die Rolle geklaut. Und hat mir sogar gesagt, welche Rolle ich hatte, obwohl ich es nie erwähnt habe. Sie kann nicht den Poster sein. Aber da lag eine Tote Wext und Franzi läuft hoch, ohne zu reporten. Ja, aber du hast doch einen Pfeil, oder nicht? Ja, der ging nach oben. Also, ich glaube Julie auch nicht. Sie sah nicht aus wie Franzi. Aber wie lange hattest du deine letzte Task schon fertig? Ja, ich habe Records gemacht. Ich hatte meinen Geleitschutz, danke an euch. Ja, aber wenn du bei Records die Task gemacht hast, wo war der Pfeil dann? Und ich bin dann runtergegangen. Wo war der Pfeil? Wo ist der Pfeil hingegangen, genau? Ja, weiß ich nicht. Julie, das ist ja wohl erstunken und erlogen. Nein. Na du, als ob ich einen Pfeil fett hier mache. Ja, aber guck mal, du machst die letzte Task und kriegst einen blauen Pfeil. Wo ist er? Ich habe nicht so genau darauf geachtet, weil ich schnell zum Button wollte. Also, Vex und ich sind komplett mit ihr mitgelaufen, von Records bis zum Button. Das heißt, der Pfeil wäre aufgefallen. Ja, ich dachte auch, Vex wäre es, weil ich dachte so, er läuft Julie hinterher und killt sie. Aber jetzt ist Vex tot und ich habe mich oben ja zu euch am Button gestellt. Also, ich habe keine Ahnung. Also, die Leiche liegt übrigens links unter der Leiter. Das heißt, es hat jemand gekillt, der hochgeklettert ist. Genau, Franzi. Nein, Franzi war die ganze Zeit oben. Ja, aber wer war es denn dann? Ja, das musst du mir doch sagen. Der Pfeil ging nach oben, was soll ich sagen? Divi war noch oben. Ihr seid alle da oben. Ja, ich war noch oben. Aber wenn Divi das wäre und Divi mit dir in Records war, hätte der Pfeil ja schon auffallen müssen. Ja, ich habe die gleiche Rolle wie Dalu. Also, wie du jetzt hast. Das heißt, es ist roommate oder was? Ja. Ich war es nicht. Es war Julie oder... Also, Julie lügt. Nein. Wir haben es. Ich habe es nicht gesagt, ich würde ja nicht sagen, wenn ich bin, wenn ich... Nein. Es ist die letzte Chance. Wex, mach mal Tars. Wex. Dann war ihr vorbei. Julie hat gelogen. Franzi kann es nicht sein. 100% nicht. Die, wie kann es auch nicht sein? Weil sie bei dem einen Kill mit Franzi da war. Für Fuze muss es sein. Gewinnen wir... Du, Bengel, ist es. Ich gönne es ihm eigentlich. Will ich ihm den Kill geben? Die letzte Task ist von Wex. Jetzt muss ich gucken. Also, dass Kapuze so lange überlebt hat, war frech. Oh, ich war so lang. Aber items haben sich ja auch verabschiedet nach den ersten 5 Minuten. Ach so, ja. Also, Kapuze, der Kill auf mich am Anfang, der war schon... Puh. Ey, ich wusste nicht mal, was meine Fähigkeit ist. Ich habe einfach drückt. Nein, pass auf. Kapuze, wenn du in einem... Ich habe dir ein Knoblauch ins Gesicht geworfen. Ich habe keine Ahnung, was ein Knoblauch kann. Ach so, deswegen habe ich mich schon gut an mich verdrückt gerade. Ich habe dir nämlich ein Knoblauch ins Gesicht geworfen. Julie, das war eine gute Idee. Ja, die habe ich dir geklaut. Ja, aber Franzi war der... Also, du hättest alles andere sagen können und ich wäre dabei gewesen. Ja, scheiße. Aber Franzi, sag mir, welche Rolle sie mir geklaut hat. Das wäre es gelingen. Ich bin ja nicht drauf. Aber Martin wurde nochmals mit einem Zimmer... Aber ich weiß. Spannungsgjut灰. Поэтому ich wollte mal mit mir hier erleben... Untertitelung des ZDF, 2020